hallo so dass ich da wieder beim basteln so jetzt mal gucken die anderen habe ich schon nachgeguckt alle und jetzt wenn man das hier zusammenhängen da war ja nix für dings und so und mit ihr dann können wir das einfach so zusammenbauen dann fahren wir den zug bis nach silber setzen den da erstmal aus den anderen lasse ich jetzt runterfahren von alaka nach alaka junction dann hängen wir da zusammen und drücken dann die kohlewagen zurück die leeren schieben die da rein dann werden wir weiterfragen das limestone das ist viel zu schnell sag ich doch alles mal vernünftig machen hier okay jetzt müssen wir und schon sind wir da ok denn zucht dann lasse ich jetzt genau bis hierhin fahren da kann er dann erstmal stehen bleiben würde ich sagen so sieht der aus aha so weit hat er ja auch nicht mehr ich habe mal ein klein bisschen enttortet aber ich habe im moment keine ahnung warum obwohl hier alles habe ich keinen richtigen sound das ist das ist auch das ist auch Vielen Dank. Kann ja nicht gehen. Bin ja doof. Hier müsste dreimal so laut sein. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Das liegt an meinem 5 plus 1. Jetzt habe ich auch wieder Sound hier. Richtig laut. Kriegt ihr wahrscheinlich mit. Okay, wir sind da. Wir sind da. Da sind wir. Wir sind da. 5-3-er. Ich wünsche euch ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Ja, die ist noch nicht. Wir müssen mal gucken, wenn wir zurückkommen. Vielleicht ist ja... Vielleicht sind die drei ja schon leer, aber ich glaube nicht. Na, die rollt in meine Richtung. So, hier die Weiche war gut. Müssen wir die hier nur anhängen. Okay. Gut, das kann jetzt ein bisschen dauern. Dann gehen wir vorne auf den ersten Wagen. Da hinten ist wieder Bremse zu. Müssen wir warten. Müssen wir warten, bis die Bremse auf ist. So, jetzt sollte die offen sein. Warum macht er das? Keine Ahnung. Okay. 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 So, das heißt, wir müssen erstmal den einen Wagen aussetzen. Dann schieben wir die anderen hoch. Wird ja wohl kein Problem sein. Ja gut. Ja gut, das sagst du so einfach. Hey, das könnte doch ein Problem sein. Okay. 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 Wir machen noch die Aufnahme. Das sollte jetzt eigentlich alles ein bisschen schneller gehen, das ist mir zu langsam. Ist doch so. So, der ist noch nicht angekommen. Oh, der ist noch nicht angekommen. Der braucht noch ein Stückchen. Ja, ja, gut. Werden wir ja sehen. Wie sieht es denn da weiter oben aus? Ja, sieht gut aus. Ja, diesmal sind gar nicht so viele. 20. Naja, 20 ist besser. 20 ist besser als 15, noch nicht mal. Oh, doch, mehr. 22, 23. Immerhin. 22, 24, 48, 48. 23, 24, 48. 28, 49, 48. 29, 49, 49. 29, 49, 400, 44, 400. 24, 41, 48, 42, 48, 45. den stelle ich auch nur hier vorne ein stückchen rein und dann muss gut sein so dass wir dran vorbeikommen da kommt noch los die bremse gucken ob wir die eine bahn reinkriegen so dass wir die bahn reinkriegen ja mit der luft das ist ein problem an den lochsen das werden wir auch nicht so schnell lösen können vielleicht bauen die ja noch mal was um dass die quasi schneller pumpen oder mehr wäre natürlich nicht schlecht ja jetzt müssen sie kommen steht noch was drinnen das ist nur der eine da ok 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 ja ich muss sie alles umbauen Oh, ich kriege eine Arbeitsplatte. Mal gucken, wie ich die am besten festmache. Das weiß ich noch nicht, wie ich die am besten festkriege. Hier kommt noch ein bisschen, dann passen alle rein. Der eine noch und dann ist gut. Weißer? Ja, ok. Wenn es dann so ist, dann ist es so. Ja. Gut. Dann kann ich ja noch den einen rausrangieren. Verdammt, baut das lange. Ich hätte sie auch unten an der Ecke stehen lassen können, aber ist ja jetzt auch so egal. Beim Rangieren stört das natürlich, weil die auch noch Luft verbrauchen zusätzlich. Nein. Nein. Vielen Dank. 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 Sieht aber... Ja, ich könnte... ... 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